es gibt auch noch andere modi als bombe um der metall oder seitz und willkommen zurück bei rainbow six siege na ich meine aber es hätte keinen großen unterschied gemacht wobei ich noch um die tür gehen können aber ist nichts ändern du warst ja noch nicht drinnen durch die erste tür 50-50 chance warum stirbst du eigentlich so früh weil du zu doof bist du wie du quatsch nicht okay ist jetzt kamera frau ja da gibt nichts mehr so so mir stirbten ja schon ist jetzt schon unterwegs also der apex jetzt gucken ob der imax drin bleibt mensch mädels macht dazu was leuchtet denn da wo machen die denn zu zum glück hat er noch eine wand ein störsender gut hier ist zu ich habe auch noch stacheldraht und hier im glas und irgendwas mit schild schildträger sich auch gerade und glas natürlich schildträger ist rekrut und dann ist tot und glas ist auf der treppe warum muss der jetzt noch hinterher kommen verdammt nochmal nicht so rum wackeln klingt ungesund es kommt schildträger rein rekrut ist war zu früh pass auf das glas jetzt war zu früh oben gucken ich leide nach feuerschutz na pack doch weg was du denn ja kack jetzt haben die nirgendwo langwecken vielleicht hab ich jetzt meinen ja komm schildträger bisher hast du nur gewonnen so endlich ich sag's ja er hat schon die ganzen kleinen runden zuvor gewonnen da war ich jetzt mal dran oi 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 ja er kam immer rein ich hab immer auf den schild geschossen und jetzt hab ich meine kleine runde gewonnen gegen ihn die letzte ach das mit glas war echt eng ich hab glas gesehen und hab in kauf genommen dass ich meinen Kollegen umbringe nur damit ich einfach glas weg hab wieso bist du denn schon wieder gestorben weil ich im Treppenhaus war und mir wieder einer die Tür zugemacht hat naja mann hast du Montagne bekommt der war noch fieser gewesen dann kam ja bin mit Montagne runter in den Keller das ist in den Keller gibt es halt ja hier guck mal wir haben auch schon einen Keller in der Vorwelt rückwärts gelaufen ah hier neben neben Versammlungsraum Küche kommen sie raus aus der Küche also sind sie Küche und der andere Versammlungsraum nehme ich an ich kann es in Schuss anzeigen wie die sich da kreuzen da oben sind noch jemand die Grabschfrau Grabschfrau da siehst du ja selbst oder das Hypetermid ich lefte da hinterher der ist einfach mal raus er kennt die Ausgänge nicht ja da ist er ganz gut wenn er nicht hinterher kriecht ja der ist hier weg mit deinem Kopf dann wärst du gestorben schon wieder mit Jakar ja ich bin dir grad vor die Flinte gelaufen meine Waffe steckte direkt in deinem Kopf das ist nicht gut eben so Versammlungsraum und Küche was wieso Versammlungsraum und? dieser kleinen anderer aber wieso und? ach ich bin ja Geisel ich war jetzt schon wieder auf Bombehaus mhm alle außen Kameras kaputt ich suche es auch gerade was hier ich komm gleich ran hier ist nämlich dieser grüne Behälter oder was das ist ah ich glaub grün türkis türkis pass auf das Fenster dahin hab grad geguckt ah das war das oberere soll ich da mal hinkucken ich hab das bessere Visier dafür das untere ist offen ich kann es nicht wirklich wahrnehmen mit dem Visier mhm ja jetzt seh ich es offen ich kann dran vorbeigucken ich guck mal mit rein bei dir das gegenüber der Tür liegt nix ah in der Küche ist was aua angeschossen mich auch dich auch noch mhm du mich was dich ich also nicht nach links bewegen wenn du dich bitte bewegst nach rechts ja nicht nach links die Drohne ist aktiviert so die wissen es wie hier sind dann geh ich mit anderen zum Fenster da im Raum selbst ist noch einer hinten an den Tischen links ja ok ich guck mal rein oder schießt nehm ich was hm ich würd mal gerne reingehen und vorher rauchen Moment ah es liegt zu weit hinten ja können wir rauchen hm es liegt beschissen so frei ich guck mit zur Küche da ist was gelbes oh hat mich ich wollte grad schießen hab auch geschossen smoke smoke hinter dem Schild hat mir bestimmt einen Kopfschuss gegeben bei mir ist kaum kein Schuss also vorsichtig der smoke guckt durch einen ganz kleinen Schlitz genau auf der Seite aber spitz auf die andere Tür wo wir rein sind ja der ist schon nach links rüber auch schon angeschossen 50 Sekunden noch 35 25 25 20 Die sind echt gut Geh einfach rein Ah, Doc Schade Die kommen nicht rein Die waren sonst wo weit hinten noch unsere Kollegen Ja, der andere war eigentlich im Nebenraum da schon Versammlungsraum, ne? Ja War einer? Hm Hatten bloß die Wand da aufspringen müssen Was? Zwei Rekruten? Was sind das für ein Level? Der eine ist Der gut 4 4 und 2, super Haben die schon was gemacht? Ja Fang halt gerade erst an Der Gut Klee Der war vorhin schon dabei Der hat auch schon So was gekillt, genau Hatte der da schon Operatoren? Ne Die Geisel muss gesichert werden Den Raum befestigen Ähm Oh, jetzt schon Keller am Treppenhaus Äh, im Turm Rad ausgelegt Wo lege ich den Stöchern? Es bleiben 10 Sekunden Komisch Komische Position Geisel Hat die im Twitch schon 2 Kameras kaputt Die sind bei der Mühle angekommen Also gespawnt Also gespawnt nehme ich an Denn da ist die Kamera auch kaputt Da war was Ibana haben sie Und IQ Ich muss noch was trinken Doch nicht jetzt Wo packt denn die Stöhrsender hin? Hm Ja, alle normalen Kameras sind kaputt Nur noch meine? Hm Ja, alle normalen Kameras sind kaputt Das ist echt ne komische Position Nachladen! Wie du weißt, was du tust Was macht denn der Stöße? Der Mann da ist, der Dorf Platziere C4 Explosion in Vito Jetzt stirbt er, schade Oh Gott Die kommen das andere Treppenhaus auf jeden Fall auch an Ja Ich stelle den Mann, geht er nicht so weit vor Der schmeißt C4, unser Kollege Doch nicht bei mir Darab was vor bei mir Hä? Ihr seid unten drinnen Hinten Okay Zwei Leute Hm Komm jetzt vor Tütsch und Glass Glass? Was? Wer? Glass Oh Tütsch liegt auf dem Boden links Aber rechts Und jetzt Ich warte bis sie vorkommen Hier Stacheldraht 40 Sekunden noch Die müssen gleich drinnen Und hier ist Stacheldraht Das ist schon mal ein kleiner Jetzt haben sie die Kamera 35 Sekunden noch 25 Puh Ah shit Was? Ah von rechts Das hat dich umgebracht Hat dich die Bahn umgebracht? Weißt du das? Ich warte von Ja die hat drei umgebracht Rekord Dann dich Und dann mich Aber Eingriff Eins zwei Ich hab dafür Glas noch bekommen Ich hab Twitch bekommen Die hat sich nämlich Im Stacheldraht Dann verfangen Hm? Ich hab Twitch bekommen Die hat sich vor mir Im Stacheldraht verfangen Ihr müsst die Geisel zurückholen Ich bin beim Turm Mal gucken mal Versammlungsraum Die Geisel ist ja nicht im Turm Das hab ich ja nie erlebt Oh stößender Versammlungsraum Jupp Versammlungsraum Bestätigt Die Geisel wurde lokalisiert Ah jetzt ist meine Kamera kaputt Krabbschorn Sah aus wie Kamerafrau Was die noch haben Ne ist ein deutscher Wendet Hab den gerade noch entdeckt Zehn Sekunden Wie deine Kamera ist kaputt? Ist ja nicht Schon lange ich hab ja War ja im Störsender Und ich hab ja gesagt Wo sie sind Ja 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 Da hab ich schon mal Die halbe Arbeit getan Boah Links und rechts Schüsse Treffen aber auch null Keiner Hast du dabei? Ja ey Sledger hat sie nicht geschafft Alle Außen Kameras kaputt Ich glaub oben ist die Grabschfrau Bei den Betten Wer ist denn da verletzt? Okay Okay Ich geh die Grabschfrau suchen Ist mir ungeheuer Dass die hier rumschwirrt Hat die schon tot? Okay Mach mal hier auf Hammermann Aha Traut sich nicht Jetzt Ich lade ein neues Magazin Knapp zwei Minuten noch Ah Keine Rolle In dem Versammlungsraum drin Irgendeiner ist Hab einen Ah Mist Störsender man Wenn man Haupteingang reinkommt Dann links hinter so einem Aufgestellten Tisch Ja und oben ist einer hochgegangen Gerade Drei gegen zwei Also oben ist auf jeden Fall Jemand hoch Wo hoch? Hoch Die Leiter hoch Und einer war Hinter dem Auf jeden Fall rechts Wenn du reinkommst Zumindest war es vorhin Hast du eine normale Kamera Zum reingucken? Mhm Hoffentlich ist der Störsender Ah scheiße Er ist noch da Kannst vergessen Da ist der Störer Hier im Smoke 40 Sekunden noch Kamera noch da? Ja Immer noch rechts In dem Schild Einer ist wie gesagt hoch Aber kann nicht mehr aktuell sein Ja ist unten 20 Sekunden Komm geh weg Es bleiben noch 15 Sekunden Scheiße Es bleiben noch 10 Sekunden Da oben Och was macht der da oben Am Fenster rumgammeln Ich hab bald da rum Ja Aha Zifft doch noch gegen die Wand Schade Ich hätte Rauch einsetzen sollen Die Sparerei Die kann mir auch mal Zum Verhängnis werden Was macht denn die Kamera da? Platz eins aber Das bringt mir nix Fünf Punkte vor Orkai Naja Wir sehen uns einfach Gut gelernt Beim nächsten Mal wieder Und bis dahin Macht's gut Und tschau tschüss Bis zum nächsten Mal wieder